Hallo. Einfach ein Kirschkogummi bitte. Ja, bitte schön. Danke. Stimmt so. Vielen Dank. Hi, Schatz. Was? Hi, da bist du ja. Sag mal, du hast mir nicht gerade dein Kaugummi im Mund geschoben. Voll eklig. Stell dich mal nicht so an. Ah, Mann. Ja, komm, hopp. Alles okay? Ja, bei mir schon, aber wir auch nicht. Guck mal da. Oh, scheiße, ey. Würde ich jetzt mal abnehmen. Verdammt. Hopp, komm, schmeiß da rein. Ja, schön die Flossen waschen. Fertig. Komm, hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, verdammt. Was ist los? Mein Schüssel ist da runtergefallen. Oh, nee, ne? Hier hat mich jemand zum Stock. Ich muss nur noch mal parken oder so. Mal schauen. Damit könnte es trappen. Verdammt. Da ist zu uns. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Transportbandseparatoren. Die gibt es sogar als Schneckenseparatoren. Also, Sachen gibt's, was ich auch unglaublich... Na, fleißig? Alles klar? Ich dich erschreckt? Das war's. 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 Das war's.